Es gilt uns gerade verboten von der Polizei, über Kinder zu sprechen, das Wort Kind zu verwenden. Schauen Sie auf euch! Wie sollen wir das bezeichnen? Kaninchen! Sollen wir Kaninchen sagen? Straftat stellt euch da. Dort welchem Gesetz? Sie hüten die Gesetze. Sie dürfen sie nicht missachten. Sie missachten jetzt Gesetze. Sie können hier nicht als Ordnungshüter aufbauen, aber die Ordnung selber missachten. Wo ist denn die Meinungsfreiheit? Wie kann das Wort Kind jetzt verboten werden? Man droht uns mit der Beendigung dieser Demo, der Auflösung, wenn wir weiterhin Kindertöten sagen. Deswegen lassen wir diese Begrifflichkeiten. Dieses Schild ist jetzt verboten. Nein, das ist jetzt Demokratie. Weg damit. Kann der Staatssitz und der Verfassungsschutz hier hinkommen und selber einen Text lesen? Wir können das übernehmen. Dann brauchen wir gar nicht mehr weitermachen hier. Liebe Geschwister, ich zitiere weiter. Das Wort Massaker dürfen wir auch nicht mehr benutzen. Nein, das ist nicht mehr weitermachen. Nein, das ist nicht mehr weitermachen.